Nesquack und willkommen zur nächsten Runde Rainbow Six Siege Rank. Mit dabei Dalukat, Kundran, Tautau und Vex. Hallo. Moin Moin. Wir haben Vex mal eingeladen. Ja, haben wir gerade. Ich habe die Böcke, Mama hat das gemacht. Die ultimative Challenge. Die ultimative Challenge. Ich fühle mich hintergangen. Ach Quatsch, das war der doch schon davor bewusst. Dann nehme ich den für eine Waffe. Was ist der gut? Ist die Pharma gut? Alles klar. Die Pharma ist nochmal eine Sekunde. Oh, ist übrigens das erste Spiel von Vex. Also er spielt Ranked als allererstes Match. Wir spielen Ranked. Wir spielen Ranked. Klar. Ganz halt doch, hast du gesagt, oder? Du hast gesagt, du bist besser als. Wie hieß er David? Genau, David Kevin. David Kevin, ne, das war so ein richtiger. Und dann auch noch, auf meiner Meinung nach, der schwersten Map. Die ist echt so. Soll ich zustimmen? Die wird easy. Also sind auf jeden Fall die Gebäude, wo ich bin. Ja? Ich sage euch, die wird easy mehr. Brücke rüber, anderes Gebäude. Ich habe die Map erstärzt. Echt? Gibt's Sailboat. Wo geht's hier lang? Nein! Hier geht's runter. Da wollen wir nicht. Bin nützlich an dem Boat. Ah, das ist auch ein Game Boat. Spawnboot, ja. Kannst du es vorhin im Ranked nicht? Oh, leider muss ich in der Luft direkt weg. Oh Gott. Wahrscheinlich, weil jetzt zu overpowered ist. Ach so dein Spot unten im Keller, Mensch. Oh Gott. Oh Gott. Wir kennen das Spot, meinst du? Wir können alle nicht zielen. Wir haben es leicht. Ah, das Bruder ist kaputt. Verdammt. Was, was war das? Das war ein Hammer. Ach so. Ich dachte schon, das wäre so ein Vogelhäuschen. Die Regen, Mann. Die hat es einfach kaputt gemacht. Mit Revolver. Das arme Vogelhäuschen. Mal ganz kurz. Hier außen kann ich mit Termiten nicht rein. Wo sind die Gegner eigentlich? Die sind unten. Ja, ja. Okay, okay. Einer läuft ins Haus. Pass auf, der kommt hier. Pass auf. Einer ist slow. Der ist oben. Der kann nicht runterkommen. Ab ihn. Nein. Einer ist unten. Schön. Okay, könnt ihr mich retten, ne? Ich bin doch nicht da. Nein, er hat mich getötet. Der liegt noch. Hab ich mich auch getötet. Das ist aber ein anderer, der den Wex gekehrt hat. Wex, wo hast du deinen gesehen? Der war unten. Und ganz unten. Badezimmer? Also dein leichter Punkt war links von mir. In die Richtung. Der war rechts in einem Gang drin. Shit, ich habe hier ein paar Probleme. Ey, die Skins sind cool. Mein goldener Revolver. Ne, ich schau gerade weg mit zu. Nein. Oh. Bleib zu. Das ist jetzt schwer. Wir brauchen eine Kamera noch, meine Drohne. Ja. Warte, 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 warte rein. Ja, kannst du, solange du nicht um die Ecke gehst, weil da haben sie ein Loch. Ganz hinten, wenn du ganz links gehst, dann nochmal links rum. Im Klo hockt einer. Hinterm letzten Klo. Hab ich. Das muss richtig scheiße sein, so beim Kacken zu sterben. Was ist das für ein Schild? Leute, da ist ein Schild. Da steht jetzt genau, da ist ein Schild, Leute. Oh, yo, 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 yo. Ich hatte eine Waffe, aber du hast jetzt eine Harpunenwaffe. Okay, Leute, macht mir hier ein bisschen wieder langsamer. Aber das war Rook, das ist kein Schild gewesen. Da steht nur ein Schild. Oh, er ist hinten dem Rechts. Ja. Bist du einfach reingelaufen? Der Beine oder der Letzte, oder? Da bin ich gewonnen, nein, da sind noch zwei. Okay, eine ist rechts im Eck. Den tackl ich jetzt. Oh, schön. Ace. Ihr habt alle mega die futuristischen Waffen, ey. Weil ich ihn getackled hab hier mit dem Ace. Tackled. Bam, ey, direkt ins Gesicht. Hi. Schön, schön. Bin dann auch mal reingekommen. Okay, 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 ja. Da, dein Auftritt wächst. Ja, ja, war nur warm up. Das ist kein PDT, Jungs. Sponsupplies, es gibt echt neue Spons. Echt? Sponsupplies nehmen wir. Ja, das ist geil. Mann, ich will C4, ich will keinen, keinen... Warum hast du jetzt nicht Rook genommen? Was? Wo ist Rook? Du kannst Operator Rook nehmen, dafür haben wir es doch gemacht. Ah, ja, richtig. Ja, aber der ist gesperrt. Nein, ist nicht schnell. Doch, ist er nicht. Nein, ist nicht. Nein, hast du ihn gekauft. Doch, hab ich da, jetzt hab ich da drauf ab. Hab ich es geschafft? Nein, 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 bitte. Ey, der ist voll versteckt zwischen all den anderen, ja. Haut da raus, der ist gesperrt, der geht nicht. Ey, ich bin mir das genau so gut wie Kevin, ja. David. David, Kevin. David, Kevin. Ist doch egal. Hier oben ist direkt eine Drohne gewesen. Oh, hi. Ah, da, ja. Nein. Ich hab eine. Ja, 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 ich hab dich mal. Ich hab nicht. Wex hat Nummer zwei. Ach, okay. Was piepst du so? Die, ich, die Deckenluke macht. Oh, what the fuck? Mach es gerade. Er gespalten erst mal nur die Kameras. Warum habt ihr hier Zug gemacht? Irgendwann hat er ganz gepiepst. Wozu gemacht? Ja, dort war, wo der Vorhinter Rook stand. Ich dachte, ich wollte dich kopieren. Hey, ich will da rein. Da war ich immer. Na, ich wollte gerade da. Ich wollte hier gerade das Schild aufstehen. Ey, ihr habt mich ausgesperrt. Da, wo der Rook sind, jetzt gehe ich rein. Ihr habt mich ausgesperrt. Da wollte ich durch die Dinge schießen. Dann komm wieder rein, Wex. Ich will leider keine Capcan-Drähte anbringen können, weil Carsten mich schon eingesperrt hat. Wex, kommst du auch hier rein oder bleibst du? Ja, weil ich war nicht familiar. Hier, die kommen markiert. Drei Leute sind markiert. Okay, wo ist das? Ist das kaputt gemacht? Oh, fuck. Immer noch, du bist nicht mehr drin, ne? Ja, ich sehe es gerade. Wo könnte ich hier eine Likro-Zelle anbringen? Ne, die kannst du gleich als Granate werfen. Ja, ja, aber woher? Ja, wenn einer kommt, zum Beispiel, wenn ein Schild kommt. Hab die Kamera. Hab die Kamera. Das stimmt, okay. Für Schild oder so. Aber da könnte ich eigentlich schon die Wand werfen und warten, bis sie durchläuft, oder? Ja, aber dann kannst du auch kaputt machen. Gut. Das passt aber auch. Es piept. Und zum Beispiel die MP-Granate macht es kaputt. Wir haben Thatcher. Weißt du, kamen sie schon geworfen? Unter der Tür anscheinend. Mit Y-Salon kannst du es random markieren, Vax. Also da kannst du sagen, wenn du wen siehst oder so, kannst du mal draufdrücken. Hier draußen war eine Drohne. Da war eine Drohne. Ich sterb jetzt. Äh, da bei Vax musste was aufgemacht werden, hier hinter der Wand. Ab die Drohne. Was zu machen war irgendwie nicht so super. Er guckt rein, da ist ein Loch in der Wand. Sonst hätte er die Drohne nicht gesehen. Ihr habt die Kameras. Da kommt einer von oben. Im Treppenhaus ist einer nach oben. Liquid, genau bei dir ist das Loch in der Wand. Ich hab ne Drohne. Kamera vor eurem Raum ist kaputt. Ihr habt ihn nicht gesehen. Er ist hier das Loch, aber. Also einer war gerade links an der Tür. Hier sind sie auf jeden Fall. Aber ich sehe keine Beine nicht mehr. Was? Nee, Kameras sind alle kaputt. Ab mich. Ich hatte die andere Tür. Verdammt. Ich hab ihn. Loch in der Wand wieder. Wegs, bleib mal geduckt bitte. Okay, okay, okay. Ich hab noch 9 HP. Kann sich übrigens auch einfach wirklich. Kann nicht einer vielleicht nicht mehr. Ich hab dann den Dichter links. Was? Dreckt wer links das Loch ab, wo es Thermite reingeschweißt hat? Ja, okay. Oh shit. Hey, da ist einer mit einem Schild. Ja. Schade. Fert auf den Felsen. Fert auf den Felsen. Oh, was? Wie? Der hat durch ne Box auf dich geschossen. Oh, schade. Der hat mich eh nicht gesehen. Der hat auf dich geschossen. Ich hätte diese dumme Nitrozelle nicht so auf die falsche Wand passieren sollen. Ich hab direkt hinter dieser Box gehockt. Könnt man aber wieder abnehmen, oder? Die Nitrozelle. Genau, aber ich würde die gar nicht werfen. Also ich würde die wie gesagt werfen und direkt zünden. Also gar nicht dieses irgendwo anbringen. Weil du hörst es. Das macht so ein Piep-Geräusch. Jetzt kann ich den Rook nicht mehr auswählen. Ne, jetzt sind wir auch... Ah ja, richtig, weil wir jetzt zehn andere sind. Okay, okay. Trust me, I'm a professional. Mhm. Was ist das denn? Das ist ein MG? Mhm. Das ist sehr... Leise. Und special. Aber witzig, dass beide Verteidigerrunden abgegeben wurden. Ich glaub zentral rein. Kann ich hier beim Zoll rein? Wir sind noch beim Zoll. Doch, Tau, Tau. Bist du hoch? Wir sind noch wieder Zellbote. Ja, bestimmt. Ich geh da auch mal hin. Sicher? Oh, schön. Das ist witzig, kein Tiff in den Bordgespots. Ne, es ist halt der beste Raum. Der war sogar eine ganze Zeit lang nicht im Rank möglich auszuwählen, der Raum. Nice, Tallo. Die haben aber keinen, äh, Ding, gell? Also auf Laserdrähte aufpassen. Ja, wegs. Nein! Bis jetzt sind sogar viele Räume noch offen. Also die werden viele im Raum rumlaufen. Wir sollen versuchen direkt über, äh, außen reinzugehen. Also hier einmal außenrum rennen. Weil die sind alle in den Räumen verteilt. Dass wieder einer von uns im Rücken geschossen wird. Also hier würde ich sagen lang. Ja, ich geh von oben und jag meine Chargers rein, oder? Doch, jetzt. Wieso bist du langsam? Hilft rennen. Ja, das tu ich schon. Habe ich so ca. 2% steiler. Hast du ein Schild? Bin fett. Waja, da bin ich gutgetan. Schick mal in die Dono rein. Oben, 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 oben. Wieder oben auf der Stelle. Ja, da ist einer dahinter. Ich weiß. Ah, es ist, äh, Snoke. Nein, 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 nein. Der ist immer noch in dem Schild. Pass auf, lass mich vor. Okay, okay, okay. Schiebenhaus oben ist mit einem, äh, Camp mit einem Schild. Ich kann auch reinflaschen einfach. Der steht gerade, er steht gerade. Was ist das für eine Waffe? Locker, locker, ruhig, ruhig. Andern eigentlich vielleicht noch suchen. Lass mich mal hier stehen. Okay, 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 okay. Ich kann aufmachen hier. Ah, ist Lacko dran. Mach. Einen, äh. Geh mal langsam zurück und baite dir zu zeigen, dass er vorrückt. Oh, sweet. Einer ist noch in dem Raum, ne? Warte, ich werfe meine Blendgranate. Schön. Das ist keine Blendgranate. Das war Doc. Ähm. Wie kommt dein Fahrzeug gerade? Ja, genau. Äh, äh. War auch nicht schlecht. Ich bin im Ruhm-Ried gestorben. Okay, alles klar, bleibt keine Ahnung. Neben dem Boot. Der ist down. Okay. Ups. Ich habe noch mal eine geworfen. Noch einer tot. Schön. Rechts hinten möchte auch noch einer sein. Ja. Da, wo ich gestorben bin, als allerletztes. Da ist einer. Oh, ich habe... Uh. Ganz hinten in dem Raum, wo du letzte vom Ace geholt hast. Keine Ahnung. In dem Raum weg. Fuck, hinter uns an der Tür. An der Tür. Warte, wo? Das Willen war das Fail von mir. Ach da. Alter. Ich bin down. Ich habe keine Ahnung von wo. C4. Pass auf, Wax. Weiß. Gott, war das schlecht von mir. Oh Gott. Was, ich habe ihn gekillt? Nee, ähm. Wir haben den Raum, wir mussten den Raum zählen. Es war keiner im Raum. Es ist peinlich. Ach, hast du doch gut gemacht, Wax. Ja, jetzt muss ich nehmen. Ja, das war mal ein Ziel. Ja, jetzt habe ich Wrook. Ja, jetzt habe ich Wrook. Na gut, okay, okay, okay. Ich will kein Schild und kein, ich will einfach nur C4. Nee, nee, das hat nicht jeder. Ist aber auch gut so, das Schild ist echt ganz nützlich. Ja, ich habe das, na, dann nehme ich das Schild. Du hast sonst Stacheldraht, oder? Ja, aber ich will beide scheiße. Stacheldraht ist meiner Meinung nach, das ist doof irgendwie. Aber wenn es liegt, ist es halt auch manchmal. Ich mag Stacheldraht irgendwie nicht. In Kombination mit Blitz kann das ganz okay sein. Guck mal, jetzt machen wir mal wieder die Kammer da hinten zu. Die hier bitte ein Ding ins Inn, ein Jägerteil, da wo ich jetzt hier... Bist du Jäger? Ja, ändert ja nichts. In der Tatsache, dass Kunde da was hinlegen soll. Freik schnell. Das ging schnell. Ist ja auch nicht schlimm. Äh, ja, ihr müsst machen, ich kann euch da nicht in den Fuß schießen. Ach so. Das sind noch zwei Drohnen drin. Ich bin noch gespottet, hier wird noch irgendwas liegen. Ja, die Drohne ist mitten im Raum. Keine. Ja, nee, da nicht dran, dann geht das Ding gerade. Tauter, bleibst du da? Ja. Hat Wex die Rüstung gelegt? Ja, Wex, du musst deine, nee, weißt du nicht, du musst deine spezielle Fähigkeit benutzen. Quatsch, ich mach hier. Du musst das mittlere Maustaste. Ja, wieder ausgesperrt. Oh, verdammt. Denk an, es geht los, Leute. Okay, ich bin da. Äh, ich will einfach hier sitzen. Wex, Hilfe hier zu uns und scham. Oh Gott, da ist jemand dicht. Oh Gott. Oh. Habe das Gefühl, die wollen hier rein. Irgendwie, eben sagt mir da irgendwas. Nice. Ahaha, so noob. Er hat sich damit selbst getötet. Ja, er stand zu nah dran. Geht das. Geht zu nah an dem Ding dran stehst. I got this. Wex, du schaust auf das Loch. Ja, 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 ja. Ich schaue hier auf den Eingang. Äh, die Twitch-Drohne kommt durch die Tür, durch die normale Boat-Supplies-Tür, also die Einer-Tür. Seht gerade noch auf der Treppe, die will die Kamera kaputt machen. Das können die nicht. Oh, die schlangen sie auf. Hier bei uns, Liquid. Zweite Drohne. Wex, du schaust die Spiele. Ich schaue hier nur aufs Loch. Ab. Die Einer-Drohne. Nee, war nicht Twitch. Oh, die wissen, wo ich bin. Die haben gerade Drohne durchgeschickt. Ja. Twitch-Drohne ist wieder aktiv. Kommt wahrscheinlich jetzt in die Tür. Jetzt. Ist da vorbei gefahren. Ist im Badezimmer. Da kommt noch mehr für die ganze Zeit hier rein, ey. Das ist, die wollen Granaten rein. Twitch-Drohne ist in einem großen Raum. Ab der Gerät reingeschickt. Die ist down. Die Drohne ist down. Warum haben wir die kaputt gemacht? Da ist gerade noch eine Drohne. Jetzt einer. Treppe runter, zwei. Da sind zwei Stück. Kamera kaputt. Max, bleib. Bleib, bleib, bleib. Äh. Ah, da. Oh Gott, dein Bein. Das sieht eigentlich gut aus, Leute. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo der war. Der war irgendwo bei dem Loch. Hier hinten. Lol, ich habe den nicht gesehen, aber... Lolo. Was hast du an? Ah, ich habe auch einen gesehen. Ja, auch nicht gesehen. Ja, aber ich habe auch einfach durch die Wand geschossen. Ah, der ist draußen. Ich bin ja ein Idiot, oder? Ja. Ja, die sind dann beide da hingelaufen. Termin ist... Leute, Termin ist noch draußen. Oh, muss er reinkommen. Ähm, links von dir. Da, da in den Raum, ja. Und da muss er kommen. Ich wurde entdeckt, aber von wo? Wahrscheinlich in dem Regal drin. Ah, hab die Drohne. Er sitzt genau hinter mir, hier. Mhm. Wahrscheinlich bringt mir gerade eine Switche-Shut dann. Vorsicht, Alter, hinter dir, hinter dir. Oh, das war knapp, Mann. Easy. Siehst du ihn? Kannst du ihn schießen, oder? Ja, ich. Oh, was? Ja, okay. Sehen wir jetzt nochmal. Easy. Hast du Glück, dass es hier keinen Overwatch gibt, ha? Hab ich mir killed. Ja, ja. Hast du gesehen, wie er da durch den Türrahmen gelaufen ist, oder was? Nee. Aber ich habe ihn nicht gesehen. Einfach predictiert. Er wäre wahrscheinlich voll die Panik gekommen. Ja, wir haben ja eben auch schon zwei Kills einfach so mal. Oh ja, da durch die Wand. Wir hatten ja auch so ein Glück, dass da ein Boot war. Sonst wären wir tot gewesen. Nett. Die Granaten sind nämlich gegen das Boot gefallen. Das war nämlich. Gut, dass das da random drinsteht und ab und zu nicht da ist. Was? Das ist ab und zu nicht da? Nein, das ist immer da. Was ist das? Also von wegen Glück zu... Ja, weil Tauter sagt, wir haben Glück gehabt. Oder steht hier immer. Richtig, das meinte ich. Dass das dann Boot war. Weil sonst wäre der Raum... Wenn der Raum offen wäre, wären wir beide tot gewesen. Dann hätten wir ja anders gedefft. Ja, richtig. Ja, schließt ihr dann... Diesmal nicht Sailboat. Ist nicht... Nicht? Tower wahrscheinlich. Wo, wo? Hilfe! Kommt ihr zurecht? Das Problem ist, es gibt zwei Gebäude. Wenn du die Map nicht kennst, bist du erst mal ein bisschen überfordert. Ja, oben ist Server oben. Bisschen, ja. Sonst so lang. Also, Tower oben. Oh, die sind oben, ne? Ja, aber im zweiten Gebäude. Die sind oben! Ja. Okay, sehen wir mich. Verdammt. Aber ich hab mich tatsächlich auch verbreitet. Oh, äh... Nein, da ist Wasser. Wir haben es gefunden, nein, ne? Ne. Guck mal, da muss ich auf einmal hingehen. Okay, oben war was, oben. Ich bin sonst so unterwegs, nein. Äh, okay. Wow, er hat meine Brunnen. Einer ist gerade ins andere Gebäude rübergelaufen, der war gerade an dieser Brücke, sozusagen, dazwischen. Hier hoch ist immer ganz gut. Okay, okay. Okay. Ich muss ja auch... Schon ein bisschen peinlich dafür, den Haken zu benutzen. Da ist ein Loch in der Wand. Oh mein Gott. Soll ich mal ein bisschen, äh... Ne? Bumm, bumm, bumm. Wad, wad? Ja, okay. Alles klar. Ich hake mal was nach ein. Weit doch an, äh... Einmal durchgeschossen und guckt, ob einer schreit, ey. Hat einer sich beschwert. Warte, warte, ich werfe... Pups, das war gerade da. Achtung scheiße, Achtung, Achtung! Leute, weg nach! No! Okay. Wegschmeid wieder mit, Leute! Ich bin das so Utah-Such. Ich schieße einfach auf Kopfhöhe. Achso, ich meinte 6 oder? Das war die Drohne? Kann das einer aufmachen? Ich würde lieber hier reingehen. Hallo. Das ist nicht der Raum. Hallo Tau Tau. Einmal rein wechseln, dann durch den Lüftungsschatz. Einmal durch die Tür. Und dann geradeaus Lüftungsschatz. Oh sweet. Das ist dieser Raum hier. Da ist niemand mehr bei uns. Ist bis auf die Tür, durch die man durch kann. Welchen Drohne ist das jetzt? Bin ich. Okay, okay. Also dem Connector, Dalu. Du weißt, was ich meine, oder? Dem Connector ist einer drin. Da! Kein Connector weiß ich. Das sind noch mehr, glaube ich. Oder? Ja, das ist noch mehr. Von der Stiege, von der Stiege, von der Stiege. Rechts unten. Okay, okay. Der Connector ist von unten. Smoke kommt von unten. Pass auf Dalu, Smoke kommt von hinten. Ja, dann war mal der Zerfer übrigens. War mal halt die Klappe da. Ja, erst mal neifelt. Zwei Leute gemessert die Runde. Wann hab ich die Tür gemacht? Hier, Klatsch und Schreck. Schild ist so bitter einfach. Du läufst einfach auf dich zu und haut dir ins Gesicht. Ja, Mann. Eifelt einfach kalt. Eifelt einfach kalt, ne? War, ich hab hier wohl die Runde gerockt. Aber wir haben die Runde gerockt. Liquid, du musst was machen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mal drunter. Schaut auf jeden Fall bei denen an vorbei. Links stehen unten in der Beschreibung. Ihr kennt das Ganze. Und wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Macht's gut, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.